Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Tobi und beim Podcast Mana-Entzug geht es um sämtliche Sachen rund um Magic the Gathering und Commander. Da habt ihr jetzt heute eine ganz andere Einleitung gehört, denn heute habe ich einen Gast dabei und zwar den lieben Tobi. Hallo Tobi. Hi Jakob, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf und danke für deine Einladung. Ja, freut mich sehr, dass es klappt, denn wir haben es tatsächlich schon ein bisschen länger auch in Planung. Und wie es die Zuhörer von Mana-Entzug-Podcast schon wissen, ist es in der Startphase so, dass ich den Gast, wenn er zum ersten Mal da ist, ein bisschen besser kennenlernen möchte. Deswegen, lieber Tobi, wer bist du? Was machst du so beruflich? Wo kommst du her? Also ich bin gebürtig aus München-Gladbach. Das ist in einem schönen Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Düsseldorf. Und ja, ich bin 35 Jahre alt und bin beruflich Business-Analyst. Also auch ich habe mit Software-Entwicklung und auch mit App-Entwicklung zu tun. Bin da in einem Mode-Unternehmen tätig in Düsseldorf. Ja, das ist so mein Background. Und ich spiele Magic, seitdem ich, ich glaube, seitdem ich elf bin oder zwölf in dem Dreh rum, habe ich mit meinen Freunden Magic angefangen. Ja, und seitdem geht es in meinem Leben sehr magisch zu. Das ist ja eine sehr witzige Geschichte. Und als Business-Analyst hast du dann quasi, musst du viel mit Daten jonglieren und Daten arbeiten und die auswerten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Business-Analyst in dem Sinne, dass ich das Business dahingehend analysiere, welcher Bedarf existiert. Also Requirements-Engineering ist so das große Stichwort in meinem Beruf. Und das heißt, ich gucke eben halt, welche Prozessschritte gibt es im Business, die durch Applikationen abgebildet werden müssen oder betreut werden müssen. Und da erarbeite ich dann Softwarelösungen, was nicht immer nur was mit Daten zu tun hat, sondern auch manchmal mit grafischer Gestaltung oder UI-Gestaltung. Das ist also ein sehr vielseitiger Job. Das hört sich ziemlich witzig an, denn du bist nicht nur jemand, der auch nur Magic spielt, sondern auch sehr, sehr groß und bekannt ist für Magic-Content, den man auch finden kann. Das heißt natürlich an der Stelle, wenn du viel analysierst und schaust, hilft dir das auch so ein bisschen für deinen Content-Weg? Definitiv. Also ein großer Part in der Softwaregestaltung ist ja auch das Usability-Engineering, wo man eben halt guckt, wie reagieren Leute auf deine App zum Beispiel. Und das hilft mir natürlich auch ungemein. Ich meine, du kennst das bei YouTube Analytics. Da werden dir auch ziemlich viele Zahlen um die Ohren geworfen und das hilft mir natürlich sehr. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich sehr viel intuitiv erstmal mache und natürlich dann in den Analytics schaue, wie haben die Leute darauf reagiert, was sind langweilige Parts in meinen Videos, die man dann ausschalten muss oder ausstellen muss. Aber das ist nicht so die Hauptvorangehensweise, die ich beim Content-Createn nutze eigentlich. Ja, man möchte ja auch beim Content auch Sachen machen, die einem Spaß machen und nicht immer nur das, was durch die Zahlen getrieben wird. Ja, finde ich super spannend. Du bist nämlich nicht einfach nur Tobi. Du bist der Elder Demon Highlander. The one and only auf YouTube. Nicht der Tobi, der schon ein paar Mal da war, denn ich habe noch einen Kumpel, der ist auch schon ein paar Mal Gast im Podcast gewesen. Du hast schon erwähnt, dass du schon seit du elf Jahre alt bist Magic spielst. Spielst du dann durchgehend seit dem Magic oder hast du auch so Phasen gehabt, wo du eher nicht gespielt hast? Es gibt auch Phasen, wo ich nicht gespielt habe. Also ich bin auch der typische Magic-Spieler, der seine Sammlung schon mal komplett verkauft hat und das bereut. Und ja, also ich habe gespielt bis zum ersten Sendika-Block. Da habe ich auch in Local Game Stores an Game Days immer mitgezockt und da so Turniere mitgemacht, aber jetzt nie wirklich super erfolgreich oder so. Aber damals gab es halt auch noch keinen Commander. Der Till, der Kollege von mir, der auch bei Elder Demon Highlander häufig mal zu sehen ist, der hat relativ früh angefangen, auch Highlander zu spielen. Und der hat seit damals durchgängig Magic gespielt. Also der hat es nie losgelassen. Und wie das halt so ist, hat er dann immer mal wieder gesagt, ey, spielt da auch mal wieder Magic, spielt Highlander und so weiter. Und mit dem Set Dominaria habe ich dann wieder angefangen. Ich glaube, das war 2017 oder 2018, ich bin mir gerade unsicher. Da habe ich wieder angefangen, Magic zu spielen und seitdem eigentlich nur noch Commander. Und ich frage mich echt, warum ich nicht schon früher damit angefangen habe, weil es echt ziemlich witzig ist, ja. Ja, das ist der Klassiker. Ich habe ja 2018 auch ungefähr angefangen, ein bisschen vorher schon mit Limited angefangen und habe dann auch 2018 mein erstes Commander Deck gekauft, dann umgebaut. Und seitdem bin ich hooked. Ich bin durchgängig dabei geblieben. Was Sammlungen angeht, ich hatte früher Yu-Gi-Oh! gespielt und hatte meine Sammlung verkaufen wollen, wohlgemerkt. Ja. Aber die wurde aus, weil ich hatte nämlich, das waren Karten, die habe ich übersetzt, weil sie es nur auf Englisch gab. Und dann wurde mein Angebot aus Ebay rausgenommen mit einer Verwarnung, weil ich die Karten übersetzt habe, weil es man nicht darf. Ach Gott. Deswegen habe ich die Karten nie verkauft und ja, ich hatte den Jinso First Edition, PSV, also ich meine, von daher kann ich mich jetzt nicht beklagen, dass ich dann zu faul war, es dann irgendwie anders nochmal zu probieren. Ja, aber sehr, sehr coole Sache. Ich meine, inzwischen bist du mit deinem YouTube-Kanal bei über 3.700, 800 Abonnenten oder so. Ja, 3.700, ja. Ein paar zerquetschte, ja. Ist schon spannend, wohin das geht. Ich drücke dir die Daumen. Bei dir sieht es ja auch nicht so schlecht aus. Und ich erinnere mich noch gut daran, wo wir knapp davor waren, die 1.000 zu knacken. Das ist echt eine spannende Zeit so. Ja, ja. Und so ein großer Unterschied ist das halt auch nicht. Also es ist ja einfach die Zeit, die man Vorsprung hat vielleicht einfach. Deshalb finde ich da guter Dinge, dass du auch da mal hinkommst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, aber ich finde es halt immer sehr beeindruckend, vor allem du machst sehr viele Deck-Brew-Videos, also du machst sehr viele Analysen für, was man ausbessern kann, Budget-Optionen für neue Decks und so. Das heißt, da hast du auf jeden Fall auch sehr viel Zeit schon investiert in Upgrades und recherchieren, was gut passt und so. Und das ist eine Expertise, die kann einem auch keiner mehr wegnehmen. Also finde ich schon. Ja, das liegt, oder die Expertise habe ich vielmehr durch meinen Bruder. Also ich habe einen Zwillingsbruder, mit dem ich damals auch in meinem Zimmer oder in unserem Zimmer zusammen immer gezockt, haben wir immer zusammen gezockt. Und ja, die ersten Videos, die ich gemacht habe, die waren halt auch einfach nur Kombos und Kartenempfehlungen von sehr alten Karten. Das hat sich mit der Zeit jetzt leider ein bisschen geändert. Aber ja, das sind so diese Sneaky-Kombos, die man damals halt auch gespielt hat, die man heute auf jeden Fall wiederverwenden kann. Und so habe ich dann den Einstieg gefunden in den Videos, was gut ankam damals. Ja, und heute immer noch. Ja, wie gesagt, alte Kombos und alte Karten, das können immer wieder mal interessant werden. Immerhin gibt es mal eine neue Karte, wo dann irgendeine alte Mechanik, die komplett vergessen war und nicht brauchbar war, auf einmal Karten findet, die auf einmal super gut passen und auf einmal super teuer werden. Das ist halt dann immer schon sehr, sehr spannend. Ja, erst mal vielen lieben Dank für dieses kurze Interview, dass ich mal dich ein bisschen besser kennenlernen durfte. Sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt ins Hauptthema der Folge reingehen, habe ich eine Umfrage dabei, die wieder auf dieses Hauptthema leiten wird. Und zwar habe ich eine Frage gestellt und es gab sehr viel Interaktion. Also ich war überrascht, aber das Thema hat sehr, sehr viel Potenzial und Sprengstoffsozial, würde ich mal fast behaupten. Und so habe ich die Frage gestellt, wie stehst du zu Proxys in Commander? Und zum Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, waren es 122 Stimmen und 32% haben gesagt, absolut kein Problem, alles Proxen ist voll in Ordnung. 19% haben gesagt, solange es keine sehr teuren Karten sind, ist es okay. Dann 34% mit knapper Mehrheit hat gesagt, solange es nur ein paar wenige sind, ist es okay. 12% haben gesagt, bei mir am Tisch werden keine Proxys gespielt. Also sehr, sehr harte Aussage. Und 3% haben gesagt, andere Meinungen, siehe Kommentare, die wir später in der Folge zu hören bekommen, denn die sind eingearbeitet in richtigen Stellen. Tobi, bist du überrascht über diese Auswertung? Ja, aber ich habe keine genaue Begründung dafür. Was mich immer überrascht ist, wie zum einen positiv gestimmt die Leute gegenüber Proxys sind und zum anderen aber auch, wie hart sie gegenüber Proxys eingestellt sind. Also in der Umfrage musste ja ein Ergebnis rauskommen. Aber ich bin halt einfach überrascht davon, wie die Verteilung jetzt hier ist. Ja, wobei es ja 12% absolute Hardliner gibt, die sagen, es werden gar keine Proxys am Tisch gespielt. Bin ich mal gespannt, ob wir mit dieser Folge vielleicht da ein bisschen aufweichen können. Ja, wäre auf jeden Fall mal schön. Vor allem in beide Richtungen halt. Also in die eine Richtung, dass es überhaupt kein Problem ist oder halt, dass man alles blocken kann und in der anderen Richtung, dass gar nichts geht. Vielleicht kriegt man so ein Middle Ground hin in der Folge. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es gab schon gleich in der Hauptphase, wo wir jetzt reingehen, eine Frage aus dieser Umfrage und stand Proxys. Was ist das? Von Jan215. Und ja, das Wichtige ist erstmal, sollten wir vielleicht mal klären, was überhaupt Proxys sind für die Leute, die es nicht wissen. Und zwar ist eine Proxy-Karte, oft abgekürzt als Proxy, eine Karte, die eine andere Magic-Karte im Casual darstellt. Also es ist eine Erklärung, die ich aus dem MTG-Fandom-Wiki rausgenommen habe. Und die direkte Übersetzung wäre der Stellvertreter. Also es ist eigentlich relativ klar. Man will einfach eine andere Karte haben, die eine andere ersetzt. Aus welchen Gründen, das erörtern wir gleich noch. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Originalkarte. Kann man eigentlich so ganz gut verstehen, oder? Ein Replacement, wenn man das so sagen möchte. Genau. Ein Replacement für eine Karte. Und dann ist halt die Frage, wo kann man diese Karten überhaupt nutzen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar das eine, haben wir gerade schon mal kurz gehört in dieser, sagen wir mal, Beschreibung, die ich von MTG-Fandom habe, ist Casual-Nutzung. Also Casual. Casual, magst du mal kurz erklären, für die, die sich wissen sollten, was Casual bedeuten soll? Ja, Casual kann man, glaube ich, eins zu eins austauschen. Oder, ja, übersetzen nicht, aber austauschen mit dem Begriff Küchentisch-Magic. Also alles, was bei den Leuten zu Hause passiert oder auch im Local Game Store, wo es um nichts geht. Also eine lockere Runde Magic kann man, glaube ich, als Casual bezeichnen. Ja, genau. Das denke ich auch. Also es ist eine sehr gute Erklärung. Und man kann das zum Beispiel nutzen in Vintage selber. Vintage ist ein Eternal-Format. Ich denke mal, das älteste Format, wo man alle Karten spielen kann, sogar die Power 9. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur einmal jede Karte der Power 9. Und in Vintage-Tornieren erlauben oft die nicht sanktionierte Verwendung von zehn Proxys, um die Kosten niedrig zu halten. Die originale Power 9 in einem Deck zu haben, kann weit über 24.000 Euro kosten. Aus der Beschreibung. Also es ist einfach so ein Punkt, wenn du das Format spielen möchtest, vor allem mit der richtigen Power, brauchst du die Proxys, weil keiner kann sich einen Kleinwagen in Karten stecken. Das ist einfach nicht möglich. Hast du schon mal Vintage gespielt? Ja, also in dem Sinne Vintage gespielt, ja, weil das, was wir gespielt haben, sonst in kein anderes Format reinpasste. Okay. Aber jetzt nicht auf kompetitivem Level und auch schon gar nicht mit den Power 9. Also bei Vintage ist natürlich ziemlich cool, die, ja, wie sagt man, der Spirit von dem Format ist ja so, wie du schon sagtest, jede Karte ist erlaubt und die versuchen halt keine Karte zu bannen. Und Karten, die zu gut sind, werden restricted. Also das heißt, die darf nur einmal im Deck vorkommen. Was aber bei den Power 9 Karten jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man sich wirklich Geld sparen kann. Was sehr spannend ist. Aber 24.000 Euro ist natürlich schon ein Batzen Gelder. Ich glaube, so viel, also bei weitem ist meine ganze Sammlung nicht so wertvoll wie die Power 9. Nein, auch nicht. Aber ich meine gut, ich meine wahrscheinlich, das ist ein Preis, ich habe mir diesen Text auch irgendwo hergeholt. 24.000 Euro ist wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell. Also wenn man die Power 9 möchte, zahlt man heute wahrscheinlich mehr als das. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Eine andere Casual-Nutzung, die jeder von uns kennt, darum geht der Podcast, darum geht auch dein Content, ist Commander einfach. Also einfach Commander spielen, Verwendung, in der Regel ist es unproblematisch. In der Regel, wir kommen noch darauf, was die möglichen Vor- und Nachteile von Proxys in Commander sein können. Und dann gibt es noch CEDH. Für die Leute, die nicht wissen, was CEDH ist, kannst du kurz erklären, was CEDH ist? Ja, CEDH ist kein eigenes Format. Es ist eigentlich nur Commander auf einem sehr kompetitiven Level, deshalb Competitive Elder Demon Highlander. Nein, Competitive Elder Dragon Highlander. Also eigentlich Commander auf Competitive Level, das heißt wirklich die Decks so optimal aufgebaut, dass sie die besten Decks in Commander darstellen können und auch die Spiele sind dahingehend sehr strikt durchgeführt. Also da ist es auch so, dass Spieler sehr genau die Regeln kennen sollten und dort wird auch jede Regel gebogen, bis zum GED nicht mehr so, dass man den optimalen Spielzug machen kann und das optimale Spiel. Ja, und ich glaube, das ist einfach nur ein anderer Spirit im Gegensatz zu Commander, weil auch hier wieder jede Karte verwendet werden darf, die erlaubt ist im Format. Ich glaube, von den Power 9 ist Time Twister. Ich weiß gar nicht, ob die Karte in den Power 9 ist. Ich glaube schon, ja. Aber die ist zum Beispiel auch in Commander eigentlich legal. Ja, das ist auch eine der häufig geproxten Karten in CEDH. Und wahrscheinlich, ja, einfach weil es die Karte halt so gut ist und weil man sie halt eben auch dann dort gut spielen kann. Und CEDH ist in der Regel auch sehr proxy-freundlich, also deutlich proxy-freundlicher, sagen wir mal, als andere. Also wie das Casual Commander, dazu kommen wir aber noch. Denn die Turniere, die bei CEDH abgehalten werden, sind, soweit ich weiß, nicht sanktionierte Turniere, sondern das sind Fan- oder von Leuten organisiert, die nicht direkt quasi über Wizards of the Coast das Ganze vertreiben. Dann, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Neben der Casual-Nutzung gibt es auch sanktionierte Turniere. Und wenn bei sanktionierten Turnieren, wie zum Beispiel Grand Prix, eine bestimmte Karte so stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr für den Wettbewerb geeignet ist, hat der Head Judge der Veranstaltung das Recht, eine Ersatzkarte auszustellen, die die beschädigte Karte im Deck für diese Veranstaltung ersetzt. Die Spieler müssen auch die entsprechende beschädigte Karte aufbewahren und sie dem Gegner zeigen, wenn dies notwendig ist, zum Beispiel beim Ablegen der Karte, wenn sie ins Spiel kommt. Und wenn eine Ersatzkarte beschädigte Karte ersetzt. Und das heißt, es sind theoretisch auch Proxys in sanktionierten Turnieren erlaubt, aber nur unter gewissen Umständen. Das heißt, du hast die Karte im Original und sie ist nicht zu spielen. Es gab da auch mal diese eine witzige Geschichte mit Nexus of Fate. Das war eine Buy-A-Box-Promo oder irgendeine Foil-Karte, die es nur in Foil gab. Und die sind bei allen quasi komplett gewählt gewesen, also Curl gewesen, dass sie nicht unmarkiert spielbar waren in normalen Decks. Also man hat sofort gewusst, die Sleeve beugt sich ein bisschen. Du weißt sofort, dass es Nexus of Fate ist. Deswegen mussten die dann mit Mountains und mit dem Namen einfach drauf geschrieben ersetzt werden. Also es ist möglich, aber das ist eher die Ausnahme, weil man die Karte einfach nicht spielen kann. Was ich auch spannend finde. Ich glaube, bei deinem Text, den du aus der Proxy-Policy, glaube ich, hast von Wizard, geht es aber, glaube ich, vielmehr darum, dass eine Karte, die im Turnier beschädigt wurde, vom Head Judge ersetzt werden darf. Also du darfst, glaube ich, nicht einfach mit beschädigten Karten zum Turnier kommen und sagen, ich habe sie geproxt und die Originalkarte habe ich dabei. Das ist soweit nicht erlaubt. Ah, okay. Dann habe ich das zumindest aus dem Kontext falsch genommen. Aber das mit Nexus of Fate war auf jeden Fall generell im Vorhinein schon eins, weil die Karte konntest du nicht, also das war wie eine markierte Karte. Du wusstest sofort, dass es die ist und deswegen muss das rausgenommen werden. Also es ist unter gewissen Umständen auch in sanktionierten Turnieren möglich, aber es ist eher die absolute Ausnahme, wenn es nicht anders geht. Was ich okay finde, weil wie gesagt, das ist ja ein Format von Wizards of the Coast und die wollen halt, dass halt die originalen Karten gespielt werden. Das fände ich dann an der Stelle ganz in Ordnung. Es gibt aber auch halt gute Vorteile für Proxys. Das ist so ein Punkt, der vor allem jetzt für Commander-Spieler interessant ist, eben weil es eben bei uns halt möglich ist, das zu machen und es ja nur ein Casual-Format ist an sich. Und ein Punkt, der halt wirklich am naheliegendsten ist, warum man Proxys macht, man will Decks testen. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht, weil man möchte sich vielleicht nicht in Unkosten stürzen, weil man irgendwelche Karten ausprobieren möchte, die vielleicht ein bisschen teurer sind und nicht weiß, ob man sie weiterspielen möchte und sich die dann einfach nur ausdruckt, in eine Sleeve reinlegt oder wie auch immer. Und ich wollte nur gerne wissen, wie siehst du das als Deck-Test? Ist das für dich, was du häufiger machst oder was du sagst, ja, ich nehme lieber die Originalkarten? Also mittlerweile starte ich meine Decks alle als Test-Deck, ausgedruckt in einer ausgedruckten Variante. Das ist mittlerweile mein Standardprozess, dass ich so anfange, ein Deck zu bauen. Weil bei mir ist es so, oder auch beim Till bei mir im Freundeskreis in unserer Playgroup, dass wir Decks ziemlich häufig auch wieder auseinanderbauen und dann wird einmal, zweimal damit gespielt. Was ziemlich cool ist, weil wir so relativ schnell auch die ganzen Synergien verstanden, also wir haben die Synergien meistens schnell verstanden und können uns dann eben halt für uns abschätzen, ist das etwas, was wir längerfristig spielen wollen oder halt auch nicht. Und meistens ist es so, dass so häufig die Sets jetzt halt auch nochmal rauskommen, dass wir ein Deck eh nur ein-, zweimal spielen, weil bis zum nächsten Spieleabend, wo wir uns treffen, dann schon ein neues Set rausgekommen ist mit neuen coolen Commandern und dann sind die Decks schon auseinandergepflückt. Von daher ist das die Standardvorgehensweise. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich auf EDH-Track gehe und mir die Durchschnittsdeckliste ausdrucke und damit anfange zu spielen und dann eben halt merke, ist die Strategie vom Commander etwas, was ich weiterverfolgen möchte. Und wenn ja, dann tausche ich die Karten nach und nach aus, sobald ich die in meiner Sammlung gefunden habe und baue das entsprechend aus. Ja, das ist so meine Vorgehensweise mittlerweile bei Decks. Würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Decks, sagen wir mal aus zehn Decks, die du so baust mit der Zeit, wie viele Decks überleben so im Schnitt? Aus zehn Decks eins. Krass. Ja, also ich bin nicht der Fan davon, 30 Decks zu haben oder so. Also ich meine, das finde ich okay. Jeder, der so viele Decks haben möchte, der soll das natürlich für sich machen. Ich habe immer ein Problem damit, wenn ich Decks zusammengebaut habe und nicht häufig damit spielen kann. Also ich habe so meine vier, fünf Decks, die ich immer zusammenhalte und dann baue ich die anderen wieder auseinander. Und die vier, fünf Decks spiele ich auch am häufigsten, weil ich mir eben halt denke, wenn ich für eine Karte dann auch mal mehr Geld ausgebe, wenn ich dann mal keine geproxte Karte habe, dann möchte ich sie nicht in einen von 30 Decks oder so schlummern haben. Sondern dann sollen die Decks, die ich habe, auch dann schon die guten Karten alle beinhalten und nicht großartig aufteilen. Ja, also mir geht es da sehr ähnlich. Also ich drucke jetzt zwar keine gesamten Decks aus oder so, aber ich habe oftmals dann, vor allem wenn Karten unterwegs sind, also manchmal habe ich es mir schon gestellt, weil ich weiß, ich will es mir so spielen, die sind relativ gut und die kann ich auch in künftige Decks einarbeiten, dass ich dann eine Ersatzkarte einfach nehme oder halt eben die ausdrucke. Und manchmal, ich habe es auch schon gemacht, um ein Deck zu testen wirklich. Also es waren dann so die übrigen Karten, die mir gefehlt haben, weil die, die ich schon habe, habe ich dann schon in Original genommen. Aber wenn ich noch 20 Karten bestellen muss, muss ich erst mal wissen, taugt mir das Deck an sich oder werde ich es dann eh wieder auseinanderbauen? Dann ist es vielleicht schade drum. Es gibt tatsächlich auch ein Statement von Wizard of the Coast zu casual Testspielkarten. Und zwar eine Testspielkarte ist üblicherweise eine Standardlandkarte, auf die mit Filzstift der Name einer anderen Karte geschrieben wurde. Testspielkarten haben nicht das Ziel, echte Magic-Karten nachzubilden. Sie haben keine offizielle Illustration und würden selbst beim Flüchtigen betrachten nicht als echt durchgehen. Da würde ich jetzt mal einwerfen, zwischenzeitlich bei manchen Secret-Lears könnte man davon ausgehen, dass das vielleicht auch selbst gemacht ist. Aber egal. Fans verwendet Testspielkarten, um neue Deck-Ideen zu testen, bevor sie das Deck tatsächlich bauen und auf ein sanktioniertes Turnier mitbringen. Und das finden wir völlig in Ordnung. Wizard of the Coast hat nicht die Ansicht, Testspielkarten für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch zu verbieten, selbst wenn sie in einem Store gespielt werden. Das finde ich mal relevant. Wenn man mal in LGS geht und dort vielleicht Commander spielt, braucht man keine Angst haben oder sich da in die Ecke kauern und hoffen, dass jemand meine Proxy-Karte nicht sieht. Es interessiert keinen. Also zumindest aus rechtlichen Gründen. Sollte. Genau. Also aus rechtlichen Gründen. Ein wichtiger Punkt hier finde ich, dass sie sagen, beim Flüchtigen betrachten sollen sie nicht als echt durchgehen. Also sie haben ganz, also indirekt formulieren sie hier, wir möchten nicht, dass du unsere Karten fälschst und sie als Proxy bezeichnest. Aber wir möchten dir auch nicht verbieten, Proxys selber, also Karten selber zu drucken sozusagen und sie zu verwenden. Und das finde ich schon ziemlich gut. Also jeder, der auch Proxys verwendet, die zu echt aussehen. Also es gibt ja auch Seiten, wo du Proxys bestellen kannst, die ein Original-Hologramm unten haben und so weiter. Das ist halt für mich dann kein Proxy mehr, sondern tatsächlich Fälschung. Unsere Meinung dazu kommt dann später, denn wir gehen noch auf die Nachteile ein, wo es sich dann verbietet. Aber ich gebe dir recht auf jeden Fall. Also ich drucke es mir meistens aus und man sieht sofort. Also selbst wenn ich es mir ausdrucke, das ist einfach ein Stück Papier und du merkst alleine schon von der Beschaffenheit, wenn du jetzt die Karte genauer anschaust, das ist jetzt keine echte. Aber es ist zumindest gut, dass auch Wizards sagt, wenn du in LGS gehst, wie gesagt, und du spielst Commander, dann ist es jetzt nicht irgendwie, dass dann der Store-Besetzer so hinkommt, hey, du spielst da deine Proxy. Das ist eigentlich jetzt normalerweise kein Problem, aus rechtlichen Gründen zumindest. Und es gab auch einen Kommentar aus der Umfrage dazu, und zwar TrashMouse geschrieben, wenn man noch nicht super tief in Magic und Commander steckt, kann man damit gut mal Dinge ausprobieren. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du kennst dich ja schon gut in Magic und Commander aus, aber vor allem für neue Leute ist es halt ein super Ding eigentlich, wenn man sagt, ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt spielen möchte. Definitiv. Also gerade als Anfänger, sage ich jetzt mal, startet man also einen Commander zum Beispiel ja mit einem Precon-Deck, und dann möchte man relativ schnell, kommt man ja in den Genuss zu sagen, man hat das Spiel verstanden und möchte die Decks jetzt aufbessern. Und dann geht man auf Seiten wie Scryfall und guckt mal, welche tollen Karten alle mit dem Deck zusammen funktionieren könnten. Ja, und bevor man sich da wirklich jetzt den Spaß macht, um auf Cardmarket die Karten direkt zu bestellen, sollte man auf jeden Fall erstmal testen. Und Dinge ausprobieren, wie Trashmaus das sagt, auf jeden Fall. Ja, genau, würde ich auch so sagen. Dann ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht nur als Deck, also als Testkarten sieht, sondern generell einfach, dass man Proxy spielt, kein Pay-to-Win mehr. Also es ist vielleicht so ein Thema, das man vielleicht kennt, wenn man in einer Playgroup ist, die relativ konstant sich immer trifft und sich so langsam das Power-Level der Gruppe nach oben bewegt. und man vielleicht sagt, man kommt nicht so oft dazu, man hat vielleicht nicht genug Geld. Es gibt ja verschiedenste Gründe. Und dann wird man abgehängt und man kann dann beim Spielen nur noch zuschauen, weil man eben nicht die Zeit hat, nicht das Geld hat, eben diese ganzen Karten sich zu kaufen. Und das ist halt ein super Punkt eigentlich. Also man sagt, ich investiere jetzt nicht irgendwie zig, hundert Euro für ein Deck, sondern ich sage, ich drücke mir jetzt die paar Karten aus und kann an dem Spielabend trotzdem Spaß haben und werde nicht geroffelstompt oder so. Ja, meine Erfahrung ist, dass über kurz oder lang man entweder der Casual-Spieler bleibt in Magic oder man wird halt der Competitive-Spieler. Und demzufolge, wie du schon sagst, geht die Stärke oder das Power-Level der Gruppe relativ schnell weit auseinander. Ein Problem, was ich häufig beobachte, ist allerdings, dass manche Spieler, also die Casual-Spielen wollen, nicht bereit sind, dann in das hohe Power-Level auch zu gehen, weil sie sagen, wir wollen einen witzigen Abend haben, es geht hier nicht darum, hohes Power-Level zu zocken. Ich glaube, das ist eher das Problem, anstatt zu sagen, du darfst ja auch Proxys drucken. Ja, das stimmt. Also es muss natürlich in der Playgroup immer so ausbalancieren, aber ich sage mal zumindest, wenn man Bock drauf hat, aber man sagt wirklich, ich habe die Mittel einfach nicht. Also, dass man sagt, ich drücke mir jetzt die Karten aus, dann kann ich ein Deck spielen, womit ich auch Spaß habe. Beziehungsweise, wo wir alle dann High-Power spielen können und nicht die anderen drei, sagen wir mal vier Leute sind, einer sagt, ich kann nicht so geltlich mithalten, dann können alle wieder das gleiche Spiel spielen, nach dem Motto, und alle haben auch Bock drauf. Ich denke mal, das ist wichtig. Da fand ich es ganz spannend. Du hast gemeint, die Spiele entwickeln sich meistens entweder zu Casual weiterhin oder zu Competitive. Wo würdest du dich denn einordnen? Auf jeden Fall bei Casual, aber im oberen Bereich. Also, es ist so, dass ich auch gerne auf einem hohen Power-Level zocke. So ist es nicht. CEDH ist bei mir jetzt noch nicht so ganz angekommen, wobei das auch eine Sache ist, die sich in unserer Playgroup gerade entwickelt. Also, das ist auch etwas, was wir ausprobieren wollen, aber da werden wir auch definitiv proxen. Aber sonst eher im oberen oder weit oberen Casual-Bereich. Also, ich mag es tatsächlich, gute Decks aufzubauen. Ich finde die Idee cool, Decks zu bauen, die auf einem konsistenten Level immer dieselbe Strategie verfolgen können. Aber es gibt eben halt auch die Spieler, die sagen, ich finde es cool, wenn mein Deck aus 100 Karten besteht und jedes Mal ist das Spiel anders und jedes Mal kommt was anderes auf den Tisch. Das verstehe ich natürlich auch, aber ich bin eher der Spieler, der versucht, immer konsistent dasselbe Spiel aufs Board zu bekommen. Da würde ich mich einkategorisieren. Ja, kann ich verstehen. Also, ich versuche zumindest auch immer das Beste rauszuholen, was geht. Aber ich verzichte trotzdem manchmal auf Staples, weil ich sage so, ach, die Staple ist zwar sehr gut, aber sie bringt jetzt meiner Strategie an sich nichts. Also, ich bin inzwischen jemand, ich kann natürlich einen Cyclonic Rift spielen in einem Deck, in einem blauen Deck, aber ich bin ein Deck vielleicht, was sehr, sehr auf 1-1-Marken geht und dann spiele ich halt eben die Abschiedswelle oder Wave Goodbye, glaube ich. Die Alpha sagt, alle nicht kreditoren ohne 1-1-Marken gehen auf die Hand zurück. Ist auch ein einseitiger Boardweb, kostet einen Bruchteil davon und ist halt nicht immer die gleiche Karte halt einfach. Das ist dann der Punkt, ja. Ja, aber zu dem Thema gab es auch quasi auch einige Kommentare und der erste Kommentar ist von Edding837. Teuer genug, das Hobby, da sind Proxys voll okay. Und ja, da sind wir ja gerade auf eingegangen. Das ist, denke ich mal, auch das, was du auch so siehst, wenn man nicht, geldlich nicht mitkommt, aber trotzdem spielen wollen würde, einfach nur, weil es halt, es soll halt nicht am Geld scheitern. Das ist halt der Hauptpunkt einfach, ne. Also das wäre natürlich blöd. Definitiv. Ja, definitiv. So, soll ich mal auf den nächsten Kommentar eingehen? Gerne. Dann haben wir nämlich von TheMorgum, ja. Schöne Grüße, gehen raus. Karten in meinem CEDH-Decks sind geproxt, damit habe ich kein Problem. Habe beziehungsweise oder hatte einige Karten in meinen Decks geproxt, die einen bestimmten Wert in Euro überschritten haben und die ich mindestens einmal besitze. Ich finde, dass ich für mich eine gute Lösung gefunden habe, wobei ich einige Spieler getroffen habe, die sagen, hol dir die Karte doch, die wird im nächsten Set reprintet. Naja, fand die Aussage nicht 100%ig gut. Kommt auch darauf an, wie lange man spielt und wie groß der eigene Kartenpool ist. Aber mit dem Großteil, mit dem ich spiele, geht positiv damit um und spielt zum Teil auch selbst Proxys. Es sollte aber vorher angesprochen werden, dass man welche spielt, damit es nicht zu Ungereimtheiten kommt am Tisch. Ja, finde ich einen guten Kommentar. Also CEDH, hattest du ja eben schon gesagt, ist eher proxy-freundlich. Also ich glaube, jede Playgroup, die explizit CEDH spielt, ist auch 100% proxy-freundlich, gerade weil es darum geht, das beste Deck zu bauen, das beste Spiel zu spielen, was eben halt in Magic the Gathering geht. Und da darfst du eben halt nicht daran scheitern, dass du eine Karte nicht hast. Es schreibt ja auch, wobei ich einige Spieler getroffen habe, die sagen, hol dir die Karte doch. Fand die nicht gut, wenn man sie selber nicht spielt und der eigene Kartenpool groß ist. Ja, also ich bin immer hin und her gerissen mit der Aussage, ich prox mir die Karten, weil mir die eigentlich zu teuer ist. Da bin ich immer, da ist bei mir so ein bisschen langsam die Grenze. Also ich bin voll bei dem Argument, was du eben aufgebracht hast, mit wenn das Hobby ist teuer genug und es soll nicht am Geldbeutel scheitern, wenn man spielen möchte. Da bin ich dann auch voll dabei. Blöd finde ich es immer, wenn Leute sagen, sowas wie 10 Euro und teurere Karten kaufe ich mir nicht, weil das ist nur Pappe und mehr Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Dann bin ich aber auch dagegen, dass Leute dann eben halt diese Karten poxen, wenn sie nicht bereit sind, immer, also man muss sich ja nicht, oder jetzt, verstehst du, was ich meine? Also man muss sich immer, das ist ein ganzes Geld, was man hat, auch in Magic reinbuttern und man muss sich auch kein Black Lotus kaufen oder Time Twister, aber wenn man nicht bereit ist, sich eine Karte zu kaufen, weil man selber sagt, nee, die Karte ist mir zu teuer, dann finde ich auch, sollte man irgendwo mal überlegen, ist das auch das Magic Spiel, was man spielen möchte und sollte man sich die Karten dann poxen oder nicht? Ich finde, es kommt immer vom Kontext an. Es kommt darauf an, ob es Leute wirklich nicht können oder sagen, ich habe einfach, ich muss mir noch Essen leisten können am Ende des Monats. Genau, definitiv, ja. Oder es sind Leute, die sagen, ich bin einfach generell jemand, der halt kein Geld für das Spiel ausgeben möchte. Für mich ist es tatsächlich in Ordnung. Also ich meine, ich habe halt ein paar teurere Karten. Mein teuerster müsste, glaube ich, Mana Crypt sein. Wenn die sich jemanden proxen will und wir spielen tatsächlich ein Spiel, was Hype-Hour ist, dann ja, hau es raus. Ich meine, das ist dann einfach okay. Aber ja, ich sage mal so, dazu kommen wir auch später noch, aber es gibt vielleicht einen anderen Punkt, der irgendwie damit reinspielt, dass man sagt, naja, vielleicht ist es jetzt gerade nicht so okay, dass du wieder eine geproxte Mana Crypt reintust. Aber an sich hätte ich jetzt dagegen nichts eigentlich. Neoblade21 schreibt noch, ich habe nichts gegen Proxys, solange man es nicht übertreibt. Mal ein bis fünf Karten proxen zum Antesten im Deck, bevor man sie sich zulegt, ist auch in Ordnung. Ich persönlich habe in fast allen meinen Decks Proxys, Platzhalterkarten, aber nur für Karten, die ich mindestens einmal habe, sodass ich sie nicht nach jedem Spiel zwischen den Decks hin und her tauschen muss. Und das ist ein Argument, das kann ich gut verstehen. Vielleicht kennt man das ein bisschen aus Arena. Du hast ein paar Karten dir schon gecraftet, also hast du sie quasi geholt und du kannst dir einen Haufen Decks bauen. Die haben immer die gleichen Karten drin, solange man sie einmal besitzt als Playset, kannst du in jedem Decks, die ihr als Playset spielen, weil du spielst die Decks ja quasi nicht parallel. Bloß im echten Leben ist es halt mega nervig, weil du müsstest ja wirklich die Karte immer hin und her wechseln, was auch mega nervig ist. Deswegen kann ich das eigentlich schon verstehen. Denkst du, das ist dann okay, wenn man sagt, ich habe ja zwar 30 Karten drin, die habe ich nur einmal, aber in einem anderen Deck, aber ich habe es jetzt geproxt, wäre das dann für dich okay? Oder sagst du, hm? Also ich finde das Argument in Ordnung. Ich für mich habe aber entschlossen, das nicht zu tun. Weil ich mir eben halt sage, wenn ich die Karte nicht mehrmals besitze, dann sollte ich sie auch nicht in mehreren Decks spielen, einfach um so ein bisschen auch die Varianz hochzuhalten. Weil ich nicht möchte, dass meine fünf Decks, die ich habe, alle gleich aussehen. Also die Mana-Basis ist häufig so ein Argument, wo man sagt, das genauso zu tun, wie Neo Blade 21 es gerade beschrieben hat. Man hat eine teure Mana-Basis und möchte sich nicht die Karten mehrmals beschaffen. Kann ich nachvollziehen. Ich habe für mich allerdings einfach entschieden, das nicht zu tun, weil ich dann eher auf Alternativen setzen möchte. Oder die Karte halt mehrmals sammle. Ja, geht mir auch so. Ich habe mir dann teilweise auch mal wirklich einige Karten von einer Goldblatt, so eine Art Pet-Karte. Hunters Inside zum Beispiel ist so eine Pet-Karte für mich. Ich spiele gerne grün und ich packe die in jedes grüne Deck rein, weil irgendwie bei mir jedes grüne Deck auch irgendwie in die Höhe geht, von der Power her. Zieht einfach Karten in Höhe der Schaden, den man gemacht hat. Kann ich verstehen. Bei mir ist es so, ich tue die Karten quasi wirklich aus den Decks raus und in ein anderes Deck rein. Und irgendwann schaue ich mir das Deck an. Ich kann es gerade gar nicht spielen, weil ich habe die Karte nicht drin. Also das ist dann halt so. Ja, ich habe da meistens so einen Zettel drin in der Sleeve, die sagt, ich habe die Karte gerade in dem Deck. Wenn du spielen möchtest, musst du es dann wieder umsleepen. Das ist mega weird, aber ich bin auch jemand, für Karten, die ich schon besitze, habe ich zwar teilweise Proxys, ganz wenige nur. Das sind aber welche, die ich dann irgendwie geschenkt bekommen habe oder so, wo ich dann sage, ja, okay, dann kann ich sie zumindest mal als Platzhalter spielen. Das ist ja ganz okay. Aber ja, mache ich tatsächlich auch nicht so viel. Magst du deinen letzten Kommentar zum Thema noch vorstellen? Ja, der nächste Kommentar ist von DerTodeshorst8935. Wenn man das Feuer am Tisch abspricht, passt alles. Ich boxe nur extrem teure Karten oder Karten ab einem gewissen Wert, die ich besitze, aber nicht spielen möchte. Aber es ist schon witzig, komplette Full-Power-Commander-Decks zu spielen. Nicht jeder will das Geld dafür ausgeben, was verständlich ist. Ja, definitiv. Und das leitet tatsächlich auch direkt über den nächsten Punkt, teure Karten schützen. Ich meine, es gibt ja auch mal noch den Grund, dass man eine sehr teure Karte hat, die man nicht unbedingt mit sich rumschleppen möchte, vielleicht so einen Mox Diamond oder was auch immer, der ein paar hundert Euro kostet und sagt, ich habe jetzt hier eine Proxy-Karte drin, ich habe die in echt, aber es ist mir ein bisschen zu riskant, so eine teure Karte in einem Deck durch die Gegend zu tragen. Bei mir gibt es keine so teuren Karten, aber hast du solche teure Karten? Also ich habe eine Mana-Crypt, die ich geproxt habe, aber das ist auch eher aus persönlichem Grund. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Der Till, also der andere Kollege von Elder Demon Highlander, der hat sich ein Display gekauft, wie hieß es? Mystery Booster? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, wo viele verschiedene Sachen drin waren. Und er hatte mir noch ungefähr Karten im Wert von 4, 5 Euro geschuldet. Und dann habe ich ihm halt gesagt, gib mir doch einfach einen Booster aus seinem Display. Und das hat er mir nicht gegeben und hat dann gesagt, aus seinem Display würde ich keinen Booster bekommen, weil er würde sich zu sehr ärgern, wenn ich dann eine teure Karte aufmache. Und hat mir dann auf Cardmarket ein einziges Booster bestellt. Und ich bin zum Briefkasten gegangen, um den Brief halt zu öffnen, wo das eine Booster drin war. Und in dem Moment hat halt meine Frau aus dem Krankenhaus angerufen und hat gesagt, unser Sohn kommt zur Welt. Und ich war quasi vom Briefkasten auf dem Weg zum Auto und habe noch schnell das Booster aufgerissen und die Mana Crypt gezogen. Und das ist für mich so eine Geschichte, wo ich mich nicht traue, die Karte in ein Deck zu packen, mit der Angst, dass sie verloren geht oder was auch immer. Und deshalb habe ich diese Mana Crypt halt geproxt einfach. Ach, sehr krass. Ich habe, also so Einzelbooster-Geschichten, ich habe hier auch schon eine Geschichte von. Und zwar habe ich, das war irgendein Summer Sale oder so, da habe ich, ich mag diese Flipp'n Tray-Boxen, weil da zwei Decks reinpassen, die finde ich ganz gut. Und habe gedacht, ach, da ist noch ein Zendika Rising Collector-Booster. Ach komm, nimmst du den da rein. Ist ja nicht so, ist ja nicht so wild. Wir haben 15, 16 Euro oder so, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ich weiß gar nicht. Also war relativ günstig. Ich mache den auf und es war ein Scalding-Tarn voll drin. Boah. Das war halt auch so, wo ich dachte so, okay, ich habe mir genau den einen richtigen Booster bestellt. Aber ich kann deinen Kumpel gut nachvollziehen, den Till, denn ich habe tatsächlich nochmal Mystery-Booster auch aufgemacht. Das war wirklich der Tag vor dem Lockdown 2020. Wir treffen uns jetzt noch einmal zum Zielspielen. Ich habe mir die Box vom LGS halt geholt und wollte halt einmal zumindest Ziel spielen, das Ding. Und habe gesagt, ja, ihr könnt die Booster halt haben, kauft sie mir halt ab. Und der eine Kumpel hat halt die Maler-Crypt drin gehabt. Ja, ist halt so. Mein Gott. Ich bin da und ich soll dir, das ist halt einfach so. Also ich habe tatsächlich noch keine Karte geproxt, weil sie mir zu teuer war. Ich spiele sie dann, ich bin auch nicht oft unterwegs. Ich spiele meistens über Spelltable. Das heißt, da kommt jetzt normal auch nicht weg. Wenn ich nach Amsterdam fliege, vielleicht prox ich dann verkarten. Muss ich mal schauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der mir noch eingefallen ist als letztes, und zwar das thematisch Ausblingen. Also wir haben ja schon gesagt, man hat Proxys von Karten, die vielleicht ein bisschen teuer sind, aber vielleicht hat man auch einfach Karten geproxt, die man auch sowieso hat, aber die jetzt nicht thematisch vom Artwork her ins Deck reinpassen oder die einem nicht so gut gefallen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach sich irgendwie bei bestimmten Anbietern Proxys zu bestellen, die sehr gut aussehen, die in Full Art cool ausschauen und besser ins Deck einfach reinpassen. Da habe ich auch eine kleine Geschichte dazu, und zwar habe ich ein, ich habe mal ein Negan-Deck gehabt, also Negan von The Walking Dead Secret Lair, und ich fand diese Innistrad, von Innistrad Crimson Wow und Midnight Hunt, diese Full Art Länder, diese Schwarz-Weiß Länder, fand ich ziemlich passend, weil es ja so Comic-Style mäßig war und auch Schwarz-Weiß und das passt zu Negan ganz gut und hatte dann tatsächlich bei, da gibt es einen Instagram-Account mit einem großen amerikanischen, der heißt There's Magic in that Beard, der macht immer so Giveaways und der hatte Proxys gemacht von den Fetch-Ländern, also von allen zehn und die waren alle in diesem Schwarz-Weiß-Style eben von diesem Crimson Wow Midnight Hunt Style und da hatte ich was bei ihm gewonnen, so generell, und da habe ich gemeint, er würde noch ein paar von diesen Proxys mit drauflegen, ich würde auch ein paar Euro extra zahlen und hat er auch gemacht und die habe ich dann gespielt eben in dem Deck und das war halt, das war einfach stylisch, hat einfach gut gepasst. Ich hatte tatsächlich eins von den dreien, die da reingepasst haben von den Fetch-Ländern, aber ich fand einfach, die haben viel besser gepasst als die normalen Artworks. Finde ich cool. Ja, definitiv. Es gibt auf Reddit ein eigenes Forum oder einen eigenen Thread, wo das Ganze diskutiert wird und da laden die Leute auch immer ihre Bilder hoch von Karten, die sie thematisch für andere Decks machen. Also da gibt es häufig Karten, die so designed sind, dass sie in die Warhammer 40k Decks reinpassen, weil das ja auch einen besonderen Rahmen hat und damit die Karten dann nicht raus ausfallen vom Design her, werden die dann da auch geteilt und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Und auch aus der Umfrage wurde so ein bisschen in die Richtung angesprochen, nicht hundertprozentig, und zwar Amazing Chest Ahead, Proxys sind großartig, meine Decks sind zu 100% geproxt, auch die Basics. Ich könnte mir jetzt vorstellen, das macht man halt aus dem Grund, dass alles gleich aussehen, dass es zusammenpassen soll und warum nicht? Also ich meine, wenn es wirklich dann geil ausschaut, dann ist es auch ein Hingucker beim Spieleabend, wenn man sieht, hey, was ist das denn da für? Ja, aber er macht es auch konsequent, er macht auch die Basics, er proxt auch die Basics, das feiere ich ein bisschen. Ja, ja, ich finde das auch ziemlich cool. Ja, wenn Amazing Chest Ahead zuhört, dann kann er gerne mal einen Link da lassen, wo man mal die Proxys mal sehen kann, würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt sind wir über einige Vorteile von Proxys eingegangen, aber wir haben ja nicht umsonst ein sehr kontroverses Thema anscheinend damit getroffen, denn es gab unheimlich viele Kommentare und es gibt auch Nachteile von Proxys und ein Punkt, den vor allem die meisten auch kommentiert hatten, zumindest in die Richtung, ist halt so, feels bad Situationen bezüglich Power Level. Also beispielsweise, man sagt, ja, hey, lass eine Runde Commander spielen, bist im LGS und setzt sich jemand hin und sagt, ja, wir spielen hier, ich habe so ein paar Proxys drin, das ist jetzt kein Problem. Man erwartet vielleicht, jetzt sagen wir mal, ein Power Level 6 bis 7, das heißt so casual mäßig, jetzt nicht übertrieben schnell, nicht mit Kombos, nicht mit Stacks, wahrscheinlich so in die Richtung und er spielt Turn 1 ein Mana Crypt Proxy. Es ist eine Situation, die erstmal zu seltsamen, also einen seltsamen Moment erzeugt, wenn man da am Tisch sitzt und sagt, ja, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen casual und dann kommt einer daher und zack, zack, zack. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, definitiv. Also es ist dann direkt schon so das Gefühl, ja, okay, es wird ein ernster Abend und es geht direkt in einen anderen Modus über. Also wie Benjamin, Benjamin, sorry, ich habe es gerade falsch betont, ist formuliert, das Wichtigste ist tatsächlich, das vor dem Match zu kommunizieren. Ja, da sind wir in so einer Situation, wo wir eigentlich sagen, ey, ein Commander oder auch ein CDH sollte es normal sein, dass man Karten proxen darf, aber das Wichtigste ist es halt, vor dem Match das zu kommunizieren, wo man einfach merkt, ja, okay, es ist eigentlich doch nicht das Selbstverständlichste in Magic Seeker Sing oder in Commander, dass wir Proxys verwenden, aber viel mehr steckt eigentlich hier drin, dass man über das Power Level diskutieren sollte, weil ein Mana Crypt in der ersten Runde zu legen, kann ja auch passieren, wenn sie nicht geproxt ist und das Gefühl ist eigentlich dann dasselbe. Ja, deshalb ist das, die Diskussion über das Power Level eigentlich immer noch das Wichtigste in Commander. Ja, wobei, wo ich habe trotzdem das Gefühl, also es ist, am Ende ist es egal, ob jetzt eine Proxy herrlich oder eben eine Originale, aber irgendwie ist es dann so, ja, oder ich lege jetzt hier mal die Mana Crypt und die es geproxt sind und ich sage, ich habe ein paar Proxys drin und ja, das ist nicht so schlimm, wahrscheinlich dann so ein bisschen, ja, komm jetzt ernsthaft, ich habe keine Mana Crypt in meinem Deck drin, ich hätte sie in Original und wir haben gesagt, also das, also oder man hat sie gar nicht und sagt dann so, boah, ich kann mir die gar nicht leisten und du haust hier einfach die krassen Karten raus. Also das Salz Level, denke ich mal, kann noch ein bisschen höher werden, allein wenn es eine Proxy ist bei manchen Leuten. Ja, definitiv. Ja, denn auch Sidewinder hat geschrieben, ich sehe es mal so, wenn man nicht gerade alle Null Mana Karten im Deck hat, so dass es schon als CEDH durchgeht, geht es voll klar oder zumindest, dass man die Karten mindestens einmal als Original hat. Ist halt echt zu teuer, wenn man die Must-Have-Karte in jedem seiner Decks haben will, muss oder kann. Ein Thema, was wir vorhin auch schon hatten, aber da geht es wieder Power Level, es ist nicht das Thema Proxys eigentlich, es ist das Thema, was für ein Magic wollen wir jetzt gerade spielen. Ja, ja, definitiv. Ich gehe mal zum nächsten Kommentar von Skelly. Also in meinem Local Game Store würde ich mich nicht mit Proxys reintrauen, aber über Speytable ist es okay, solange man es nicht mit teuren Karten übertreibt. Würde mich mal interessieren, warum sie sich nicht traut, in den Local Game Store reinzugehen mit Proxys. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Runden da schon dann vielleicht ein bisschen elitärer sind und ja, da die Leute, die zwölf Prozent sitzen, die sagen, naja, an meinen Tisch kommen keine Proxys ran. Ja, über Speytable ist es okay, wahrscheinlich, weil man auch einfach es nicht so gut sehen kann über die Kamera. solange es man nicht mit teuren Karten übertreibt. Ja, hier steckt dann auch schon wieder drin, es gibt in den Kommentaren so eine leichte Bewertung, wann Proxys okay sind, wenn ich das richtig rausinterpretiere, nämlich, dass teure Karten eher dazu geeignet sind, sie zu proxen, man das aber nicht unbedingt übertreiben sollte. Ja. Wobei ich für mich halt sage, es darf eigentlich nicht am Preis einer Karte liegen. Es gibt ja auch Karten, die sind nicht wegen einem Power-Level teuer, einfach nur, weil sie selten sind und jetzt halt nicht so verfügbar sind. Ich habe eine ganz gute Karte dazu. Sie ist jetzt an sich nicht schlecht, aber sie ist in dem Eindecken, in dem ich spiele, halt sehr gut. Und die war bei sieben, acht Euro, als ich sie mir damals geholt habe für. Und zwar ist es Eater of the Dead. Das ist so eine Karte für vier und schwarz, ich glaube drei, vier und für null Mana kann man sie enttappen und eine Kreatur, also muss dafür eine Kreaturkarte aus einem Friedhof ins Exil schicken. Und mit meinem Phenox-Mill-Deck ist es eine leichte Kombo. Also solange Kreatur ein gegnerischen Decks ist, kann ich quasi mit der Verteidigung der Kreatur alles durchmillen. Und die war zwischenzeitlich bei 130 Euro, glaube ich. Ach du Scheiße, ja. Weil irgendwie so Horror-Decks anscheinend so beliebt waren bei Midnight Hunt oder ich weiß nicht genau. Aber die vom Power-Level an sich jetzt, also an sich alleine macht sie schon ein bisschen was, aber Mill in Commander ist halt eine super janky Strategie, damit gewinnt man sehr selten, zumindest wenn man Gegner millen will, nicht sich selber. Und ja, also deswegen muss man da auch immer ein bisschen differenzieren. Meistens sind aber, ist ein hoher Preis ein Indikator dafür, dass die Karte sehr gut ist auch einfach. Ja, definitiv. Ja, und weiterhin hat Farbenluxus geschrieben in Casual-Runden, wie bei mir sieht das komisch aus, wenn einer mit einer Uber-Karte, also vielleicht sowas wie Mana-Club, denke ich mal, geproxied antanzen würde. Macht daher keiner. Bei uns ist es eher so, besitzt man die Karte, dann wäre es okay. Wenn nicht, spielt man mit dem, was man hat. Also wieder dieses, ich habe die Karte, ich habe keine Lust, die umzuswitchen. Also eigentlich, ja, was wir schon bewertet haben, was eigentlich die meisten, denke ich, machen und was auch völlig fein ist für die meisten. Ja, definitiv. Der nächste Kommentar ist von Owe beziehungsweise EDH-Love. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, okay. Proxys sind nie das Problem. Schlechte Pre-Game-Discussions und Power-Level-Diskrepanzen sind der eigentliche Grund, warum Leute sich aufregen. Ja, das hatten wir am Anfang dieser Kategorie schon gesagt. Eigentlich ist das Wichtige, das vorher zu klären, ob alle damit einverstanden sind. Und die Power-Level-Diskussion auf jeden Fall, ja. Und das ist, denke ich mal, eigentlich das Wichtigste. Deswegen gebe ich über 100 Prozent recht. Wenn man die größten Viel-Spread-Momente, vor allem mit fremden Leuten, ich meine, wenn man in einer Playgroup ist und sich schon kennt, ist das was anderes. Aber wenn man mit Fremden spielt, erst mal kann man sagen, hey, ich spiele die und die Proxys, zeigt sie vielleicht auch vor. Und dann spricht man genau darüber, was für ein Spiel man eigentlich spielen möchte, was das Deck tut und ob man darauf Bock hat. Weil man hat ja meistens mehr als ein Deck, wie wir es schon ausgeführt haben. Und man kann ja austauschen mit einem Schwächeren oder einem Deck, was besser zu dem passt, was die Leute spielen wollen oder worauf man auch selber Bock hat. Deswegen wäre... Jetzt so mit Hinblick auf Amsterdam. Wir werden uns ja bei der MagicCon treffen und auch da hoffentlich mal ein paar Games zocken. Aber da werden wir ja sehr wahrscheinlich auch auf viele fremde Menschen treffen, mit denen wir Magic zocken hoffen, mit denen wir Commander zocken hoffentlich. Wie würdest du denn so ein Gespräch jetzt anfangen und sagen, guck mal hier, meine Mana-Crypt, die ist gebroxt. Da würdest du ja nicht im ersten Zug sagen, oh, ich habe die leider auf der Hand. Es tut mir leid. Seid ihr mit Proxys einverstanden? Ja, also ich würde wahrscheinlich, bevor ich überhaupt über Proxys rede, erstmal sprechen darüber, was für ein Power-Level will man eigentlich spielen. Was habt ihr für Karten? Was habt ihr für Commander gerade? Also es kommt ja auch schon manchmal ein bisschen auf den Commander an und man muss vielleicht manchmal ein bisschen nachfragen. Wir hatten in der letzten Diskussion darüber gehabt, dass Judith, die Neue, so unheimlich bastard ist, dass man sie eigentlich gar nicht... Ein Zug darf sie nicht auf dem Spielverletten legen. So ein bisschen wie Hinata. Wenn sie liegt, dann kann es danach heißen, okay, jede Runde kommt im Boardweip, du hast keine Chance mehr. Und man kann sie theoretisch noch anders bauen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich gehe jetzt nur auf den zweiten Teil von ihr und habe keine Damage-Spells in meinem Deck drin, was total dumm ist eigentlich, aber es ist halt thematisch anders, dann ist es ein ganz anderes Deck. Also man sollte erstmal darüber reden, was für einen Commander hat man, was für einen Deck hat man, wie gewinnt das Deck für gewöhnlich und wie schnell gewinnt das Deck. Also wenn ich sage, ich habe ein Deck, das gewinnt konsistent einen Turn vier oder fünf, wenn man nichts dagegen macht, dann kann man sagen, ja, okay, vielleicht ist das nicht ganz das Spiel, was ich jetzt spielen möchte, habe da vielleicht noch ein paar andere Decks dabei. Oder, was auch geht, hast du ein anderes Deck dabei, was auf dem gleichen Powerlevel ist, was ich von dir spielen kann zum Beispiel. Ja. Um es halt ein bisschen ausgleichen zu können. Man muss es ja nicht unbedingt selber dabei haben, wenn man da kein Problem hat. So würde ich es angehen und danach, wenn es dann heißt, okay, wir haben jetzt uns geeinigt, dann würde ich sagen, hey, ich habe hier so Proxys drin, ist das für euch okay? Ansonsten muss ich es halt eben austauschen mit anderen Karten. Ja, würdest du es machen? Ja. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, noch gar nicht ganz genau. Ich würde wahrscheinlich so ein bisschen rumdrucksen und fragen, hey, sind Proxys okay? Nein, aber es ist ein guter Punkt von dir zu sagen, so ein zweites Deck mitzubringen, was der andere dann spielen kann auf einem selben Powerlevel. Das finde ich ganz gut. Eigentlich so vom Ansatz her. Ich könnte, ja. Weil Proxys, wie gesagt, bedeutet ja nicht unbedingt immer, dass man sagt, ich habe die krassesten Karten geproxt. Also ich hatte ja eben schon gesagt, ich drucke mir eigentlich immer die Durchschnittsdeckliste aus von EDA-Track und das sind dann natürlich auch jetzt nicht die bestoptimiertesten Decks, wobei sie teilweise auch schon echt stark sind. Aber da geht es dann halt nicht darum, die krassen Kombos zu proxen oder so, sondern einfach dann komplette Decks zu spielen einfach. Deshalb, weiß ich nicht noch, weiß ich noch nicht. Ich muss mir noch mal ein paar Gedanken machen, wie ich mich auf Amsterdam dann vorbereite. Wenn du Anregungen dazu brauchst, du hast ja vorhin einen Kommentar von Owe vorgelesen, der war schon Gast im Podcast gewesen. Wir haben eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, über wie geht Pregame in Commander. Vielleicht kannst du noch ein paar Tipps da mitnehmen. Ja, muss ich auf jeden Fall reinziehen. Kann ich dir gerne im Nachgang mal schicken, weil da haben wir wirklich drüber gesprochen, das haben wir aufgeteilt in Pregame-Diskussionen und Roll Zero. Roll Zero wären so Proxys, weil das jetzt keine Magic-Karten sind oder du spielst einen Unset-Commander oder irgendwas in der Richtung und Pregame ist wirklich, da spricht man über Power-Level und was für ein Spiel man eigentlich spielen möchte. Also das schicke ich dir im Nachgang gerne, wenn du willst. Gerne. Das ist jetzt umso peinlicher, dass ich den Namen nicht richtig vorlesen konnte. Es tut mir leid, Owe. Es tut mir leid. Alles, alles, kein Problem. Der wird es dir mit Sicherheit verzeihen. Der ist sehr cool drauf. Dann, ein weiterer Nachteil ist vielleicht Unverständnis bei manchen Proxys. Das ist jetzt eher relativ ähnlich zum vorigen Punkt, aber ich dachte mir, es ist trotzdem noch eine andere Nuance. Zum Beispiel, wenn man Leute sieht, die sich alle möglichen Original-Duals proxen, die bringen jetzt dem Power-Level nicht unbedingt viel. Also natürlich sind sie besser als Shocklands zum Beispiel, die ja quasi zwei Schaden machen, wenn man sie ungetabt bekommen lassen möchte. Aber es ändert das Power-Level nur zu einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz vielleicht im Müh-Bereich, würde ich sagen. Und da kann ich es dann bei manchen Leuten verstehen, ist es unbedingt notwendig, dass du jetzt hier die OG-Duals proxst oder hätten nicht einfach Basics oder irgendwelche anderen Länder gereicht. Wie siehst du das? Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer bei, weil entweder sagt man, Proxys sind generell erlaubt und dann darf man auch nichts sagen, wenn einer mit einem Original-Dual-Land ankommt, wobei ich dir absolut recht gebe. Die sind jetzt in Casual-Commander, bringen sie jetzt einem nicht so weit nach vorne, wobei sie bei CDH auf jeden Fall notwendig wären. Es ist immer so die Frage, ob man das machen möchte oder nicht. Also da sind wir jetzt auch bei so einem Punkt, wo wir vielleicht bei manchen Argumentationen in kontraire Richtungen laufen, weil zum Beispiel das Ausblingen hatten wir ja eben schon als Möglichkeit genannt und warum nicht für ein Warhammer 40k-Deck sich auch mal die Dual-Lands ausdrucken, auch wenn sie vielleicht gar nicht notwendig wären. Deshalb denke ich, kann man es machen. Aber da ist auch wieder so dieser Punkt, du hast hier aufgeführt, die Dual-Lands oder Gea's Cradle, die für mich definitiv eigentlich in höheres Power-Level gehören und jemand, der das in einem niedrigen Power-Level tut, weiß entweder nicht ganz genau, warum er sie ins Deck packt und dann sollte es eigentlich auch okay sein, wenn derjenige damit nicht so ganz umgehen kann, ob das jetzt eine gute Karte ist oder nicht. Und wenn er sie dann proxt, obwohl sie vielleicht gar nicht in das Deck passt, dann soll er es machen. So sehe ich das. Ja, es ist sehr verständlich. Also ich denke, wie gesagt, man kann es machen, ich hätte jetzt nichts dagegen, ich würde sie nicht proxen, selbst wenn ich es dürfte, weil es einfach für mich keinen Sinn macht. Das ist halt so, es bringt halt kein, also jetzt bei Geist's Cradle ist halt wieder so ein Power-Level-Ding wahrscheinlich wirklich, aber die Duels würden jetzt meine Decks nur prozentual sehr, sehr gering verbessern und ganz ehrlich, dann spiele ich halt lieber ein Basic. Das kommt auch ungetappt und meistens habe ich dann genug Fetchlands und Shocklands und was weiß ich alles im Deck, dass ich das Spanner-Fixing eh haben kann. Also ich habe ein Original-Duel-Land in meinem Edgar-Markov-Deck, also das schwarz-weiße und es ist eben halt so, dass wenn ich ein Fetchland spiele, das nicht die erste Karte ist, die ich mir raussuche. Also wenn ich im ersten Zug ein Fetchland ja, opfern kann, um ein Land rauszusuchen, dann sind es meistens die Triome, die ich mir eher raussuche in solchen Decks und nicht die Original-Duel-Lands. Also gebe ich dir schon recht, so die Notwendigkeit dieser Karten im Generellen können wir, glaube ich, im Casual-Commander-Game recht weit nach unten schrauben. Ja, also Karten, ich habe jetzt vor kurzem, ich habe auch, wenn ich bei dreifarbigen Decks bin, habe ich meist, also wenn es geht, immer ein Triome drin und ich habe jetzt vor kurzem ein anderes Fetch-Target gefunden, was ich wahrscheinlich Triome bevorzugen würde, das sind die neuen Surveillance. Ja. Wenn ich jetzt nämlich wirklich gar nichts machen muss mit dem Mana, dann würde ich mir auch kein, also wenn ich was machen müsste, dann würde ich mir das Triome sowieso nicht holen und ich baue jetzt aktuell an einem Lara-Kroff-Deck und da will ich die Karten im Friedhof haben und wenn ich dann entscheiden kann, ich brauche das Mana nicht oder noch besser, ich habe das Fetchland da liegen und ich entscheide spontan, ob ich es brauche oder nicht. Ich habe einen Removal-Spell auf der Hand zum Beispiel. Keiner macht was, was meine Aufmerksamkeit bedürft, bedürft, dann tappe ich das halt und hole mir halt so ein Surveillance und im besten Fall kriege ich ein Equipment oder ein Land oder ein legendäres Artefakt oder ein Land in den Friedhof. Ja, geil. Und genau aus dem Grund fand ich die so stark und es gibt halt manchmal, jetzt sind die jetzt relativ teuer geworden in einer relativ kurzen Zeit, weil Leute entdeckt haben, naja, wenn du es Fetchen kannst und nicht brauchst es Mana, was ja wirklich manchmal passiert, dann sind die halt die besten Länder eigentlich, weil Muldrotha zum Beispiel sagt, okay, pay one, draw a card. Also die meisten haben gesagt, das kommt getappt, das will ich nicht. Ja, aber würdest du theoretisch ein Mana zahlen, um eine Karte zu ziehen? Und dann wird jeder sagen, ja klar, ein Mana für eine Karte ist super gut, ne? Nichts anderes ist das eigentlich in den richtigen Decks zumindest und deswegen wird sich das bei mir wahrscheinlich ein bisschen ändern künftig. Wo du Gears Queddle hier schon stehen hast, wie stehst du zu goldrandigen Karten, die Weltmeisterkarten? Sind das für dich Proxys oder sind das für dich echte Karten? Also echte Karten in Anführungszeichen. Also für mich sind es in der Hinsicht echte Karten, dass sie von Wizards of the Coast sind, also quasi schon echte Karten. Allerdings kannst du sie nicht auf Turnieren spielen. Also an der Stelle, es kommt darauf an, was man machen würde. Ich würde solche Karten auch in Decks spielen. Vielleicht, ne, würde ich fast gar nicht, weil ich mag lieber die Originalen tatsächlich. Ich habe so ein Challenger-Deck gehabt oder so ein goldrandiges Deck, was ich verkauft habe, weil da waren Bloodstained Myers drin und ich erwarte ein Reprint und ich will es lieber in Original spielen. Ja, okay. Das ist dann doch so bei mir, aber das ist ein persönliches Ding. Also ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jemand die Goldrandigen spielt, das ist für mich kein Unterschied. Also dann spielen die einfach das. Müsste man das auch in einer Pre-Game-Discussion dann mit Proxys diskutieren? Also ich glaube, in Commander sind die so stark akzeptiert, dass die wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich würde man es ansprechen, wenn es einem, bevor man irgendwie anderen Leuten auf den Fuß treten möchte, aber da es offizielle Karten von Wizards of the Coast sind und es in der Regel keine Turniere sind, die von Wizards of the Coast ausgerechnet werden, würde da keiner was sagen, denke ich mir. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man halt die Third Anniversary auspackt, dann kriegt man wahrscheinlich sehr viel Häme ab oder so und wird geschändet dafür, was ich auch nicht okay finde, ehrlich gesagt. Also wenn jemand die halt schön findet, dann soll er sich die halt kaufen. Die sind ja auch recht teuer, auch die guten davon. Das wäre mir egal. Spiel so einfach. Ich will sehen, was das Deck kann und ich will nicht sehen, wie viel Geld du in der Hosentasche hast. Ich weiß nicht. Mach einfach. Ich hätte dagegen nichts. Für mich persönlich ist es halt so, ich mag es halt, wenn ich so ein Original habe, dann ist es einfach schön anzuschauen und dann freue ich mich jetzt mal, wenn ich es hier ziehe. Und deswegen. Ja, genau. Aber es gab auch Kommentare dazu. Newfield hat geschrieben, finde das Thema Proxys nicht schlimm, gerade wenn man am Deck bauen ist und viel testen möchte, weil diverse Karten doch sehr teuer sind. Länder. Das kann ich dann verstehen, aber wenn am Tisch einer sitzt, dessen Deck zu 80% aus Proxys besteht, finde ich das problematisch und würde ihn bitten, ein anderes Deck zu spielen. Ja, da müsste wahrscheinlich dann, wer war es vorhin gewesen, Amazing Chester Head ein anderes Deck nehmen. Ja, also das ist der Punkt. Die Länder sind halt manchmal teuer und wenn man mehrere Decks bauen will, ist es halt eine Idee zu proxen. Ja, das ist so dieser Aspekt, wir spielen ein Sammelkartenspiel und nicht ein Kartenspiel. Der Aspekt des Sammelns ist, glaube ich, für manche Spieler da enorm wichtig und die geben sich dann Mühe, extrem seltene und teure Karten zu kaufen, zu sammeln, was auch immer und dann stößt das negativ auf, wenn da einer sitzt mit einem geproxten Deck natürlich. Ja. Kann ich, ja, das ist, ich kann auch gegen dieses Argument eigentlich nicht so viel sagen, weil ich es auch verstehen kann, definitiv. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Kommentar. T.Dot 8280. Ich sag mal so, mit einem Timewalk-Proxy braucht man mir nicht ankommen. Ja. Das ist so die beste oder teuerste Karte in Commander wahrscheinlich, die er hier aufgeführt hat. Offensichtlich spielt T.Dot aber auch kein C, D, H, wo die Karte ein absolutes Must-Have ist. Ja, aber so ein, eigentlich schwingt da so ein bisschen mit einem Ohr so mit, box keine teuren Karten oder mit so übertrieben teuren Karten brauchst du mir nicht um die Ecke kommen. Das ist dann auch so ein bisschen für mich so die Kategorie, ist das notwendig, diese Karten dann auch wirklich im Deck zu spielen? Weil du sagtest ja auch schon, so ein Force of Will in so einem Deck, muss das sein oder kann man da Alternativen spielen, die in dem Deck vielleicht sogar einfach mehr Sinn machen. Ja, das fordert aber von den Spielern auch häufig heraus, dass man sich extrem mit dem Deck beschäftigen muss und mit den Strategien und mit den Alternativen. Also einfach eine Deckliste aus dem Internet rausnehmen, ist dann meistens nichts mehr. Da muss man auch einen gewissen Skill für haben. Also nicht jeder Spieler hat diesen Skill, ein Deck auch dann entsprechend so gut mit Budget-Alternativen zu bauen. Ja, das stimmt, ja. Also ich sehe es dann auch so. Bei Time Walk ist es, es ist wirklich auf jeden Fall seltsam, wenn man da mit einer Proxy im Deck auftaucht. Das hat so ein bisschen komischen Geschmack. So hä? Ich meine, es gibt ja auch teilweise Alternativen, die jetzt nicht unheimlich viel schlechter sind, wenn man sie in den Friedhof bekommt. A Core of Ions zum Beispiel macht das Gleiche für Dreimann, wenn man es als Flashback spielt, glaube ich. Ah, okay. Also es gibt Alternativen, man muss halt ein bisschen suchen und die kosten dann halt auch nicht die Welt. Aber einen Punkt gibt es, der ein extremer Nachteil ist und da bin ich auch sehr, sehr harsch dagegen, sind Fälschungen. Also Proxys werden immer echter, also man kann teilweise wirklich Proxys inzwischen herstellen oder herstellen lassen, die fast nicht zu erkennen sind von der normalen Magic-Karte. Also selbst wenn man dann mit, also die so gut sind, also ich habe zum Beispiel eine Lupe daheim, die ich speziell brauche, um den Red Dot Test zu machen, das ist quasi in einem grünen Mana-Symbol müssten vier Pünktchen sein, also manchmal ein bisschen verwaschen, dass man es nicht so gut sieht, aber immer vier Pünktchen sein, die so ein L ergeben. Und wenn man da irgendwie ein anderes Pattern sieht, dann weiß man, das ist ein Fake. Und es gibt inzwischen schon welche, die sind so gut, dass man eigentlich nur noch die Karte zerreißen kann, um rauszufinden, ob sie echt ist, weil innen drin ist so eine lila Schicht noch inzwischen drin. Und das ist ein richtiges Problem. Also da bin ich auch, da ist es mir egal, ob man sagt, ist es nur eine Proxy, weil das Problem für mich ist, es kann halt passieren, die landet irgendwo auf Card Market oder so und du verkaufst sie an irgendjemandem, der nicht weiß, wie man die unterscheiden kann und du hast dem quasi eine Proxy oder beziehungsweise eine Fälschung angeverkauft. Da bin ich komplett dagegen. Wie siehst du das? Ja, muss man gegen sein, definitiv. Das ist etwas, das hilft keinem in der Magic Community, wenn Proxys so gut sind oder du hast schon richtig geschrieben, ja auch Proxys in Anführungszeichen, wenn die so gut sind, dass ungeschulte Leute auf den ersten Blick nicht erkennen können, ist das jetzt echt oder eine Fälschung, dann das ist arg, will ich eigentlich so. Das sollte nicht gemacht werden. Ja. Aber ich habe auch leider eine Fälschung bei mir in der Sammlung mal gefunden. Ja, das war ein Teferi Planeswalker und den habe ich auch als, mein Bruder hatte auch so eine Lupe, wo man dann am Laptop das anstecken kann so und danach habe ich, also ich habe selbst den Unterschied dann nicht erkannt, als ich wusste, was die Fälschung ist, weil das, ja, weil das so gut ist, selbst das Hologramm und alles, das ist perfekt gemacht einfach und, ja, das ist schon blöd einfach. Das ist sehr witzig, weil der andere Tobi, der schon Gast war, hat tatsächlich auch mit einer Fälschung bekommen, auch in Teferi, den Hero of Dominaria. Ja, genau. Ach, den auch? Den hatte ich auch, ja. Den hat er selber erkannt und hat das dann über Card Market abwickeln können, dass dann das Geld das bekommen hat. Ja, ja. Also das ist, ja, krass. Das ist auch so ein Grund, warum ich mir niemals im Leben keine so unheimlich teure Karte zumindest über Card Market kaufen würde, weil ich immer Schiss hätte, ich würde nicht erkennen, ob es ein Original ist oder ein Fake. Also da hätte ich wirklich Schiss. Also seitdem bin ich im Internet ein bisschen besser unterwegs, um auch herauszufinden, wo man solche Fälschungen kaufen kann, um einfach zu wissen, welche, wie schnell sind diese Fälschungen auf dem Markt und also ein guter Tipp ist, auf jeden Fall immer deutsche Sprache kaufen oder kein Englisch, also für uns jetzt Deutsch ist natürlich dann prädestiniert und wenn man sich Karten kaufen möchte, so schnell wie möglich nach dem Release Karten kaufen, dann hast du auch meistens oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es keine Fälschungen sind, weil die Fälschungen, die kommen meistens schon eine Woche oder so nach dem Release der Sets sind die schon in diversen Online-Shops verfügbar und das ist schon echt krass. Boah, ja. Übel, ey. Ja, außerdem sind manchmal die deutschen Übersetzungen viel lustiger als die englischen. Card against, wie hieß es nochmal, Slime against Humanity heißt es auf Deutsch, Menschenrechtsverschleimung, also. Ach, das heißt so. Es ist halt so gut. Hallo? Ja. Die Karte will man nicht boxen. Nee, die will man lieber auf Deutsch spielen, weil es einfach irgendwie geiler ist. Aber ja, wie gesagt, also Proxys sind für mich okay. Ich meine, jetzt kommt der Hauptpunkt, warum ich sage, man kann ja sich eine Proxy machen lassen, die von vorne genauso aussieht wie die normale Karte, aber dann lass die Rückseite anders aussehen, bitte. Irgendwie Proxy draufschreiben, also das Proxy draufschreiben, irgendwas anderes drauf ist, was nicht aussieht wie eine echte Magic-Karte, weil das, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil da tut man potenziell anderen Leuten Schaden, wenn man sie auch mal versehentlich wegen mir wegtauscht. Ja. Da hat man Schaden schon angerichtet halt. Ja. Das ist der Punkt Fälschung und einen Punkt, den hattest du auch schon mal angesprochen vorhin und das ist eigentlich ein Hauptpunkt, warum ich eigentlich verzichte, so gut es geht auf Proxy, ist die Varianz der Decks geht verloren. Also, wenn man immer Zugriff auf alle besten Karten hat, ist man eher dazu verleitet, diese auch in jedes Deck zu packen und das mindert dann teilweise massiv die Varianz des Decks, sodass gefühlt 60 bis 70 Prozent des Decks immer gleich sind. und denke, das ist halt wirklich so ein Thema. Ich habe das schon mitbekommen, wenn ich mal Decks gebaut habe, ja, ich packe wieder Cyclonic Rift rein, Rhystic Study und keine Ahnung was und immerhin so, ja, irgendwie spielt sich das Deck immer irgendwie ähnlich und ich meine, ich habe auch mal Lust, was Neues zu machen und habe dann halt irgendwann aufgehört. Also, ich habe theoretisch einige Cyclonic Rifts im Ordner liegen und auch so 4 Scalienship und so Geschichten und ich tue die nur in Decks rein, wenn ich bewusst ein stärkeres Powerlevel fahren will. Also, wenn ich wirklich sage, okay, das Deck soll jetzt auch ein Powerlevel haben, was höher ist, dann ist es für mich okay, aber ich bin kein Typ, der sagt, ich brauche in jedem Deck diese Karten, weil es einfach dann, ja, dann ist jedes Deck gleich und das ist irgendwie auch so ein bisschen konträr zu dem, wie eigentlich Commander gedacht war, dass es halt ein bisschen abwechslungsreich ist im Vergleich zu Turnierformaten, die immer die gleichen Karten spielen. Deswegen bin ich auch eher in der Casual-Richtung unterwegs und nicht in CEDH. Ja, definitiv. Also ich meine, neuen Spielern empfehle ich häufig, sich solche Staple-Karten zu besorgen, weil sie einfach auch in jedem Deck, wie du schon sagtest, das Powerlevel enorm erhöhen können. Aber problematisch wird es dann natürlich, wenn du die Karte dann einmal besitzt und so nach der Regel, wer die Karte einmal hat, kann sie proxen für alle anderen Decks, dann hast du natürlich so einen Cyclonic Rift auf einmal in jedem Deck drin und nicht in dem einen blauen Deck und ja, das macht dann die Spiele meistens immer gleich und da sollte man sich selber fragen, ob man das möchte oder nicht. Und wenn man es nicht möchte, dann kann man auch mal nur ein Deck spielen. Also wenn man, das ist so dieser Punkt, warum ich das halt nicht mache, weil ich habe dann ein Deck, wo die Karten, die guten Karten auch drin sind und in anderen Decks möchte ich es dann nicht haben, wenn die Spielweise absolut gleich ist. Ja, bei mir ist es so, die Decks, die am längsten überlebend sind bei mir, die Decks, die einzigartig sind und die sind dann einzigartig in der Richtung, die kein anderes Deck macht. Das ist ja dieses Phenax, die mir, Mill-Deck, was ich, das war mein zweites, drittes Deck, von 2018, habe ich immer noch, weil die Karten sind halt in jedem anderen Deck halt idiotisch einfach, die brauchst du da nicht. Ein anderes Deck, was ich vor längerer Zeit schon gemacht habe, was ich immer wieder gerne spiele und was halt ganz anders ist als alles andere, ist ein Mono-Black, Obnixilis, Landfall-Deck. Es ist halt einfach lustig. Es ist nicht super stark, aber es ist halt einzigartig und ich würde die Karten jetzt nicht rausnehmen für ein anderes Deck, weil ich sage, das ist halt eins, also manche Karten sind wirklich so, die spielst du auch nicht in anderen Decks, die machen auch woanders nicht Sinn und deswegen komme ich zumindest, wenn ich jetzt nicht immer die gleichen Archetypen baue, nicht in die Verleitung die gleichen Karten immer wieder zu verwenden. Es gab auch tatsächlich einen Kommentar, der auch in die Richtung ging und zwar von Balou. Ich hatte das Thema letztens bei unserer, bei uns in der Gruppe Null-Proxys da ich mit anderen gespielt habe, die bestehende teure Karten Proxen. Wir, Null-Proxy-Gruppe, waren uns einig, dass Proxen die Variation der Decks zu stark beeinträchtigen, dass Power-Level einfach zu hoch ist. Warum muss ich eine Mana-Crip Proxen, wenn ich sie nicht habe? Der Solring tut es auch oder ein Trant-Dynamo. Jedes Commander-Deck würde somit zu ca. 50-70% gleich aussehen mit den Staples. Keine neuen interessanten Interaktionen durch neue Karten, wenn man ein Deck baut. Ja, das bestätigt Wobei man ja auch schon sagen muss, dass die günstigen Karten, die jetzt nicht Mana-Crip sind, sondern so wie hier Solring und Trant-Dynamo, also die Decks sind eh durch viele Staples eh relativ gleich. Also, wir haben ja in jedem Commander-Deck per se schon mal drei Karten, die eigentlich überall fast, also, wir haben einmal Solring, wir haben einmal den Command-Tower und Arcane-Signate, genau, und die drei Karten hat man eh schon in jedem Deck und ja, dann kommen noch weitere Staples dazu. Ich habe tatsächlich bei manchen Decks mir abgewöhnt, Solring zu spielen. Ach, das ist bei mir nur so eine spezielle Sache. Wenn ich einen Commander spiele, der keine generischen Pips hat, also zum Beispiel ich habe Rocko Straßenkoch oder ein paar andere, dann spiele ich den nicht, weil was bringt mir das Solring in Turn 1, wenn ich meinen Commander sowieso nur mit dreifarbigen Mana spielen kann? Also, das ist irgendwie so, ich mache mich dann nur unnötig zu einem Ziel, natürlich könnte ich dann andere Karten spielen, aber ich weigere mich irgendwie inzwischen bei Commanders, die nur farbige Pips in den Casting-Kost haben, ein Solring zu spielen, weil ich denke, das bringt mir jetzt den Commander nicht früher raus und dann lasse ich es lieber bleiben, aber ja, das ist so eine Ausnahme bei mir eigentlich, aber ich finde es okay, wenn man auch auf Alternativen geht, manchmal kommt man auf Alternativen, die man nicht kannte und das ist immer so der Punkt, ich gehe dann in Scryfall rein und suche nach Effekten, Sachen am Oracle-Text und dann lese ich mir halt eben 180 Karten durch oder beziehungsweise die ich kenne, überspringe ich natürlich und dann finde ich irgendeine Karte, hey, die passt super gut und das Gleiche gilt ja zum Beispiel, dass er auch für, wenn man irgendwie Token-Strategien hat und man mit den grünen Rampen, es gibt einige grüne Ramp-Karten, die Länder reinbringen und Token generieren können, also da kann man auch kreativ werden, also das ist halt dann so der Punkt, denke ich, ja. Ja. Genau, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt und zwar, wie macht man sich eigentlich Proxys? Das ist vielleicht auch mal interessant für Leute, die jetzt überlegen, sich irgendwie ein Deck zu bauen, aber noch nicht wissen, ob sie die Karten wirklich kaufen wollen oder nicht. Eine einfache Möglichkeit, die ich kenne, die ich auch schon gemacht habe, ich halte das mal ganz kurz in die Kamera rein, es gibt diese Token-Karten von Zendika Rising zum Beispiel oder irgendwelchen Karten, die zweiseitige Karten haben und die haben auf der Rückseite einen normalen Magic Bag und auf der Vorderseite haben sie eben einen beschriftbaren Token, sag ich mal, und das kann man zum Beispiel machen. Also ich hatte das schon gemacht für, auch im Stream schon, weil ich die Karten schon bestellt hatte, aber leider noch nicht da hatte und habe sie mir einfach beschrieben und das ist einfach sehr günstig. Also du brauchst nur diese Token, die hat man meistens im Draftsharf mit dabei. Hast du das auch schon mal gemacht? Beschriften nicht, aber gleich den nächsten Punkt, das habe ich schon gemacht. Stell dir vor. Den nehme ich einfach mal vorweg. Also man kann die Karten natürlich auch selber ausdrucken. Du hast hier die Seite mtgprint.net aufgeführt. Also hier ist das so, dass man Decklisten einfach reinladen kann und dann kriegt man eine PDF, die man ausdrucken kann zum Beispiel. Und das ist eigentlich eher die Variante, die ich mache. Was mir bei Proxys stört, die so handschriftlich beschrieben sind, ist, dass sie mir nicht direkt ins Auge fallen und ich sie nicht direkt erkennen kann. Also mir ist eigentlich wichtig, dass Karten schon so aussehen wie Magic-Karten. Deshalb beschrifte ich sie eigentlich nicht. Wobei, also gemacht, gemacht habe ich es natürlich auch schon mal, aber wenn es geht, druge ich sie mir lieber aus. Ja, also ich drucke es mir auch aus. Das war an der Stelle so, für zwei Karten werde ich jetzt den Drucker nicht anbieten, weil ich habe keinen so guten. Und die Karten waren unterwegs. Das war so eine Plennigkeit. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Selbstdrucken auch. Das andere ist auch eben, wenn man Proxys online kauft. Also man kann sich halt einfach die Karten in bestimmten Artwork, wie wir es vorhin hatten, so ausblinktechnisch anders kaufen. Ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, was man sich so proxen könnte, wenn man sagte, ich will das irgendwie special ausgeblinkt haben. Gibt es ja die Nazgul aus dem Herr-der-Ringe-Set. Wenn man sich die einzeln kaufen wollen würde, von eins bis neun, würde man 70 Euro ungefähr zahlen. Und auf Etsy zum Beispiel kann man sich so ein Full-Art-Set von diesen Nazgul zum Beispiel kaufen für 25 Euro in die Richtung. Also das ist halt auch eine ganz witzige Geschichte. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß von Leuten, die es schon gemacht haben. Und dann passt es halt thematisch zusammen. Klar, an der Stelle Nazgul passt in der Herr-der-Ringe-Deck rein. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, ich will irgendwie die ganzen Artefakte, die jetzt in jedem Deck nochmal drin sind, wie das Hohlregen, Arcane, Sickend und was weiß ich alles, in dem Artwork für Herr-der-Ringe zum Beispiel ausdrucken. Das ist natürlich dann auch sehr gut. Wobei man dann auch sagen kann, zur Verteidigung, es gibt ja die Karten in Herr-der-Ringe-Style. Von daher ist die, vielleicht will man sie in Full-Art haben, was weiß ich. Ja, sie passen ja auch thematisch alle so ein bisschen vom Artwork zusammen. Also sie haben alle denselben Flair. Ja, also ich kann ja sagen, qualitativ sind die bei Etsy leider alle sehr unterschiedlich. Also so eine generelle Kaufempfehlung würde ich für Etsy jetzt nicht geben. Das Problem ist nämlich, dass sie teilweise auch andere Größen haben. Also man merkt schon, dass sie dann ein Millimeter zu groß sind zum Beispiel oder Rundungen nicht richtig geschnitten sind. Ja, da kann man leider auch Pech haben. Okay, also das sollte keine Empfehlung sein, eher nur so ein Beispiel an der Stelle. Aber falls ihr Zuhörer was Gutes kennt, wo man sich, wo es cool ergibt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch was lernen. Und ein letzter Punkt ist, man kann sich einfach in der Druckerei durch Hartpapier einfach die Sachen bedrucken lassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Machst du das schon mal gemacht? Ja, definitiv. Also wir haben ja das Format Underworld Championship bei uns auf dem Kanal. Und da spielen wir auch mit den Commandern des aktuellen Sets. Und das ist gar nicht für uns möglich, die Karten oder das Gameplay als solches aufzuzeichnen, erst wenn das Set rauskommt, dann das Ganze zu editieren, zu kommentieren und dann am Releasetag auch zu veröffentlichen. Deshalb sind wir da quasi mehr oder weniger darauf angewiesen, uns die auch auszudrucken. Und ja, meistens ist es dann eben halt, weil die Commander natürlich auch gar nicht verfügbar sind. Und dann drucken wir uns die Decks meistens auch dann da komplett aus. Ja, das ist eine sehr, sehr coole und wahrscheinlich auch eine kostengünstige Alternative. Ja, voll gut. Wir sind jetzt quasi schon fast am Ende der Folge. Jetzt würde uns mal heftig interessieren, alle Zuhörenden und Zuschauenden, wie seht ihr das eigentlich? Wie steht ihr zu Proxys? Spielt ihr sie gerne? Spielt ihr sie gar nicht? Ist es ein Problem für euch, wenn es andere tun? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht schaut ja auch der liebe Tobi auch mal ein bisschen rein, wenn die ersten Kommentare kommen und Fragen an ihn gestellt werden. Vielleicht magst du da auch dann ein bisschen zu antworten. Auf jeden Fall. Ich gucke gerne mal rein. Sehr, sehr schön. Ja, wow. Dann sind wir jetzt schon einige Zeit lang drin. Jetzt gehen wir in die Endphase, also im letzten Teil von der Folge. Tatsächlich durch eine kleine Umschiebung haben wir heute keine Kommentare dabei, denn wir nehmen die Folge heute auf am 19.2., 19. Februar. Und ihr hört sie wahrscheinlich, und da muss ich kurz nochmal oben scrollen, weil ich es mir aufgeschrieben habe, am 5. April. Also so ist zumindest der aktuelle Plan. Das kann sich auch verändern. Deswegen ist es eine weitere Folge gewesen. Wahrscheinlich wird es die 76. Folge sein. Ja, deswegen haben wir jetzt da keine großartigen Themen mehr. Aber Tobi, hast du vielleicht noch irgendwas? Ich habe nichts Großartiges mehr. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung in deinen Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ich gucke ja ab und zu mal bei deinem Kanal vorbei und feiere das ein oder andere Video, was ich sehe. Ja, dadurch, dass du mich natürlich eingeladen hast, würde ich dich auch gerne mal einladen und zu uns in das Format Underworld Championship vorbeizukommen. Ich hoffe, der Weg ist für dich nicht allzu weit und wir werden ein cooles Set finden, wo du auch als Kontrahent einfach mal mitmachen kannst. Da würde ich dich gerne einfach mal zu einladen. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast bei mir warst und ich bin natürlich sehr, sehr gerne Gast bei dir. Würde mich sehr, sehr freuen. Die Entfernung ist dabei kein Problem. Du hast gesagt NRW. Das sollte kein Problem sein. Da fahren auch Züge hin, habe ich gehört. Und dann machen wir das auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Also würde mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in Kontakt und wir sehen uns ja eh spätestens bei der MagicCon in Amsterdam. und da werde ich dich auf jeden Fall mal mit einem geproxten Deck herausfordern. Das habe ich mir vorgenommen. Sehr, sehr gerne. Das kannst du sehr, sehr gerne machen. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar noch, hoffentlich sogar noch früher bei der Championship, Underworld Championship. Würde mich sehr freuen. Ja, wunderbar. Sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch das Thema vorgeschlagen hast. Also das war deine Idee. Vielen Dank auch dafür. Man hat ja gesehen, es gab sehr, sehr viele Meinungen dazu. Also von allerlei Leuten und das ist immer brisant, das Thema. Deswegen, ja, vielen Dank. Na klar, gerne. So, und dann, ja, bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Commander-Spielen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.